Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Thierry. Ja, es geht weiter mit Session Afterall. Ja, bitte, was war's das für letzte Folge für so ein Rätsel? Ich hab das noch immer noch nicht kapiert. Aber okay, ähm, ja, gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir sollen nicht hierüber. So, und nur? Äh, hüpfen muss ich auch. Muss man da irgendwie gegenhüpfen, oder was? Nö. Okay. Was ist das da unten? Nix. Grafik. Okay. Muss man Jahreszeit aussuchen? Ne, geht gar nicht. Okay. Und jetzt ist wieder so ein Blüter Rätsel, oder was? Hm. Na gut, geh ich erst mal in so andere Wölbe. Eigentlich wollte ich hüpfen. Aber... Aber... Hm. Jahreszeit kann ich nicht ändern. Hier komm ich nicht durch. Hä? Hm. Eingartig. Lieber Fuchs. Das war nicht so geplant gerade. Und da komm ich, komm ich ja lieber oben nicht mehr raus. Hm. Okay. Hm. Oder sollte ich ihn noch nicht hier... Ach, Mann. Was geht hier vor? Wer ist da? Hey, wie bist du hier reingekommen? Mein Schatz! Sieh nur, was du angestellt hast. Du hast einen meiner Schätze zerbrochen. Hm. Du hast hier nichts zu suchen! Verschwinde! Hm. Was ist passiert, Fuchs? Hast du die Knospe gefunden? Errungenschaft, freigeschaltet, ein altes Traum. Aber ich beginne, ihre Präsenz zu spüren. Mir scheint sogar, dass ich ihre Stimme gehört habe. Sie muss dort versteckt sein. Im Herzen des Heiligtums. Drei weitere Steine der Winde wurden mit Siegeln versehen. Ich brauche wirklich dringend deine Hilfe, Fuchs. Während du die Steine befreist, werde ich mich konzentrieren und versuchen, die Knospe zu finden. Und in den vier Folgen. Ja. Wir gehen weiter. Wir machen erstmal alles im Westen. Und dann geht es im Osten weiter. Also diese Rätsel von der letzte Folge. Was habe ich denn da jetzt anders gemacht? Hm. Wenn ihr das wisst, ne? Schreibt das mal in den Kommentaren rein. Würde mich echt mal interessieren. Na. Hey. Kleiner Fuchs. Was ist denn hier los? Kommst du da nicht hin, oder was? Ja. Komm jetzt. Jetzt siehst du. Geht doch. Zack. 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 Ich wusste es nicht. Ja. Komm jetzt. Attacke. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Und rüber mit dir. Geht doch. Ach. Ach so, ne. Das brauchen wir ja nicht mehr. Da haben wir eigentlich ja alles erfolgreich gemeistert hier. Ähm. Irgendwie war das verkehrt. Na komm. Zack. 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 Ah, ich fass es nicht. Zack. 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 So. Hm? Hm? Ähm. Okay. Dann gehen wir doch mal lang. Oh. 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 Äh. Cool. Okay. Hier ist Sackgasse. Oder kommen wir das so durch? Nee, ich glaub nicht. Irgendwo sollte ich da was holen, glaub ich. Oder? War das nicht so was? Zack. 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 Ah. Tiri. Warum springst du nicht? Millionshanks, genau hier. So. Hüpf. 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 Ich weiß gar nicht, ob ich hier eigentlich lang muss. Ich weiß gar nicht, ob ich hier eigentlich lang muss. Einmal bitte Sommer. Hüpf. Zack. Oh. Laufwerk. Hüpf. Hüpf. Aber da waren wir doch auch schon. Oh. Äh. Äh. Ist so wie zu oder was? Ich folge euch. Dieser Stein beherbergt den trockensten und heißesten der vier Winde, den Chirocco. Vier Symbole wurden rundherum eingraviert. Wer auch immer sie gezeichnet hat, wollte die Macht des Steins schwächen. Ich habe diese Symbole schon einmal gesehen. Ich kann Sikaden hören, die auf einem Ast weiter unten zirrten. Finde sie und beobachte ihr Verhalten. Sie wissen, wie man diese Markierungen vervielfältigen kann. Ja, okay, komm. Ah, das ist ja schön. Genau da, wo wir jetzt sind. Ah, das ist ja schön. Musik Komm, komm, komm Ah Komm, heute noch Ich muss wieder bestimmt irgendeine Reihenfolge machen, oder? Musik 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 Oh, ich weiß es nicht Gut, anders hinsetzen Musik 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 Nee, das war die verkehrte Reihenfolge. Hm. Ach, Mann. Ja, komm, rüber, 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 heute noch. Wir bestimmen in irgendeiner bestimmte Reihenfolge. Ah, Mann. Warum springst du nicht ordentlich, Kleiner? Hm, ich weiß. Es ist spät in der Nacht, aber nützt ja nix. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist hier los? Okay. Gut, ich schaue nochmal mit dem Internet rum. Bis gleich. Ja, schauen wir mal. Wie soll die Rom beginnen? Dann sollen wir hier unten weitermachen. Dann sollen wir hier weitermachen. Dann sollen wir hier oben weitermachen. Ja, jetzt hier rüberspringen. Ja, super. Ich und springen. Ja, irgendwie. So, jetzt müssen wir hier rüber. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. So, jetzt. Man, Schengsköner hier. Was ist denn hier los? Schum, schum. Schum, schum. Check. Check. Prozent erst noch eine Prozent Prozent Untertitelung des ZDF, 2020